warte herzlich willkommen bei eine kleine runde ultimate chicken horse heute zusammen mit die miss pinky hallo mit dem bedden hallo und bin der juna so was machen wir ich bin für windmühle ich bin für ja wir können doch alle vier auf einen fragenzeichen gegucken was kommt okay ich gehe hier seid ihr zu zweit okay schauen wir mal heißt aber nicht dass es losgeht nein auch schon länger nicht mehr gehabt oder ich muss mich so dran erinnern habe ich auch schon länger nicht ganz genau was sache ist auch wir müssen das geschenk holen was ihr nicht sagt und ich hab jetzt auch das eichhörnchen komm miss pinky wie siehst du denn schon wieder aus wie bob dabei ist das so einfach keine punkte ja auch was oder oder ich habe auch nicht so ist zu ich Der ist trotzdem da drüff! Ein Halleluja! Sport ist nicht schlecht! Da bist du gefangen, wenn er schießt, ne? Haben sie Glück gehabt? Ja! Das sah aber zu einfach irgendwie aus, weil ich hab's geschafft. Ah ja. Zu einfach. Das ist immer so ein Garant, dass wenn man keine Punkte kriegt, wenn ich es geschafft hab, ne? Boah, wie viele haben wir denn davon? Alter! Das sind jetzt vier Stück! Oha! Uh tutu! Uh tutu! Nicht machbar! Gut, dass er zu nah weiß! Nein! Oh! Was?! Er war sicher da drin! Nein! Und da nicht mehr, hä? Bisschen zerquetscht worden, ne? Pinky! Nein! Oh! Nein! Oh! Nein, Alter! Du warst zu dicht! Alter, wie das aussieht mit so vielen Dingern da! Oh, schade. Keins wieder da. Schade. Hol dir. Hol dir das Mützchen. Ah! Hallo! Ah, nein! Oh, was? Nein! Oh, da, 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 da! Ah! Ha! Hab' ich auch runtergefallen. Die war voll am Gravillen hier. So, das ist ja alles. Pinky, ich glaube da ist, äh... Das ist vom Honig! die drücke ganz klar nein die brauchen wir nicht das ist jetzt egal das ist echt so ein dauerding ben ben geht zurück ja bis sie sterben halt ich bin schon du bist auch schon ich dachte das war eine abschussrampe die aua macht nicht in chat pack ja super was soll ich mir diesen kack ding jetzt hier die welt vernichten die abschussrampe weg nein ich bin tot und fliegt noch rum hallo das ding müssen wir dabei zu machen das kommt jetzt weg so einfach darf das nicht klo läuft für euch ne ja hey hä ja was zum pinkie ja leg dir mal in eine stacheldraht guck's dir genau an das ist glaube ich nicht mehr macht das kann eine abschlussrampe wie die hier das ist ein einzelne die kann nur einer nehmen und dann kann ein stil ja dann kriegt er die hier hier geht die tag nicht machbar ihr müsst genau direkt vor dem dem da wo sie jetzt drauf liegt direkt davor könnt ihr in die hocke gehen an dem letzten stück das problem ist nur wie nahe kann man an das ding ran wenn das angeschossen hat schnell die rakete nehmen und wegfliegen allerdings hast du dann die formelnden kügelchen da ich weiß es nicht mach irgendwas ok und das ist jetzt aber du hast ja dieser irgendwas machen opsala zu hoch gespricht ich probiere mal was aus uaah schande nicht ganz hoch nicht ganz hoch ping 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 nicht oh gottes willen ui 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 go ui 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 Ich hab das Geschoss gar nicht kommen sehen. Das kam irgendwie aus dem Nichts oder so. Ja, das sitzt auf dem Karussell drauf. Ach, scheiße. Tatsächlich. Och, nee. Oh, das wollte ich aufnehmen. Nein! Ach. Was ist das jetzt? Ach, du Scheiße. Du setzt das doch nicht dahin. Das ist doch direkt da selbstbohrt. Ich guck nur, was du machst. Nein, lass das! Nicht meins kaputt machen. Ich guck nur. Nein, lass das. Kann ich nur in den Barstager gucken. Warte einfach, bis er was irgendwie... Oh. Das wäre super. Dann auch nach Hause, hm? Ja. Jetzt müsste es machbar sein. Genau, Juna. Hey! Das will ich machen. Bin drin. Shit. Ich komme auch, Juna. Ich bin auch drin. Komm, Ben. Einfach rein ins Gate. Ich trau dem Ganzen nicht. Nein, da. Geh rein. Er will die Münze. Er war zu gierig. Mhm. Sie haben zu tief geschürft. Oh, letzte Runde. Ja, gut. Wir wissen, wer gewinnt. Also, ja. Oh, ich mach das Gate zu, okay? Okay, du machst das schon. Ich sicher noch mal an. Okay. So, hab mich umgebracht. Oh, ich mich auch. Ups. Ich auch. Los, Ben. Warte. Ich beerdige euch. Und die Miss Pinky hat gewonnen. Ja, ja. Ja, ja. Überraschung. Juhu. Da haben wir auch hier. So, wo ist jetzt noch ein Fragenzeichen? Einmal bei Häuschen. 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 Guck mal, das Eichhörchen ist da. Oh, Eichhörnchen. Okay, dann nimm du. Windmühle, Pyramide und Metallfabrik. Metallkrieg, gut. Oh, nee. Also, wir hatten Pyramide oder Windmühle schon lange nicht. Pyramide? Pyramide. Okay. Da versuchen wir aber jetzt auch nur, das zu holen. Ähm. Ben, geh bitte weg von da. Komm mit zur Pyramide, Ben. Nö. Wir wollen was versuchen. Komm. Komm. Oh, guck mal, was du da machst. Glück soll entscheiden. Ja. 3 zu 1. 3 zu 1. Was soll das denn für Glück sein? Ja, demokratiert hat vorhin auch nie geholfen. Unglaublich, Ben. Unglaublich. So, nehmen wir hier diese Dings hier. Ja, daran denken, wir versuchen die nur zu kriegen. Und dann gehen wir wieder ins Baumhaus zurück, um die nächste Fragezeichen, weil ich mich wieder in die nächsten Level haben. Ja. Wow. Nein, ich hab das geklebt. Oh, verdammt. Alles klar für Miss Pinky. Okay. Okay. Wir haben jetzt schon mal ein neues Level, aber nicht im Generellen neu für uns. Dann ist das eigentlich nicht. Wuhu. 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 Hier beenden, sagen. Und zwar Baumhaus. Und da ist direkt die Farm. Wuhu. Wuhu. Hey. Ben. Das ist kein Fragenzeichen. Ja, ja, ist ja gut. Das ist kein Fragenzeichen. Komm zu uns. Was? Wie ist das denn so? Und chill mal. Komm zu uns. Wir haben Cookies. Oh, Cookies. Oh, haben wir jetzt alle drei das genommen? Ja. Zwei. Zwei von uns. Also, zwei. Wir haben ein bisschen Auftrieb. Wunderbar. Hui. Ah, für den Alten. Tschü, tschü. Oh. Komm da jetzt wohl nicht mehr hoch, oder? Doch, da. Wie war das von mir vorhin? Gib auf. Lass es sein. Gib auf. Okay. Ja, schön. Das arme Heul, das möchte die Rieder fressen. Hm. Wunderbar. Dann haben wir das. Dann können wir auch wieder zurück ins Baumhaus. Ja. Ja. Wir fahren jetzt gerade ein bisschen, äh, die Fragenzeichen zu gucken, ob da neue Level oder sowas sind, naja. Pyramide oder Windmühle? Windmühle. Pyramide. Nein, Pyramide. 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 Alter, ich komm hier nicht mehr hoch. Glaubst du es? Okay, bleib da unten, alte Frau. Echt mal. Es war so, hä, wie alte Frau hier. Alter. Die wollen mich doch verarschen hier. Ja, die alte Frau hat es noch nicht so richtig drauf. Alter, was ist das? Ich klicke, das ist ja das Schlimme. Hier, komm. Gleich herrschen. Ja, fein. Ja. Ja. Das war Schämme. Die alte Frau hat es geschafft. No. Alter, gibt es doch nicht. Auch wieder nur eine. Gab es nicht ab und zu. Sie haben schon seltener mit zwei. Ja. Das ist immer seltener. Aber was zum... Wer hat... Ben. Wir müssen das Bäckchen kriegen. Ja, ich mach's nur ein bisschen anspruchsvoller. Ups. Ich bin schon zu weit. Ah, Chamäleon für Jona. Geil, jetzt hab ich die beiden, die ihr auch hattet. Ähm, mir aber fehlten. Ja. Oh, sogar ein Ziel. Jona ist ins Ziel gekommen. Ja. Ja, genau so ist es. Zu einfach. Ich bin ins Ziel gekommen. Das war doof. So, beenden. So, zurück zum Raumhaus. Okay, dann guckt mal, wo... ...das nächste Fragezeichen ist. Alte Villa. Ja, alte Villa. Na toll. Und Metallfabrik. Neh mal alte Villa. Da komm ich vielleicht leichter hin. Oh, ich glaube, Yuki kleidet sich gerade noch um. Ich komm, ja. Mit ihrem Retter-Cape oder was ist das? Ben. Hm? Hier, komm. Ja, fein. Geh drauf. Hier, komm. Ja. Warst du da? Ja, genau da. Oh, Mann. Ja. Oh, okay. Schaffen wir. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ja, könnte gefährlich werden. So, dann können wir schon mal nicht gehen. Was? Was macht ihr denn da, ey? Oh, ich bin tot. Zylinder für ein Pferd? Pferd. Oh, das ist ja, das ist ja äußerst. Aber das Eishändchen ist einfach voll süß. Ja, ne? Sprengst du mit deinen eigenen Schweifzeilen? Ja. Weil sie es kann. Keine Dorn, aber ja. So, ja, so. Huh, huh. Das ist schön, dass sie es hier gekriegt hat. Dann wollen wir doch direkt mal wieder beenden und zum Barmhaus zurück. Wir wollen nämlich immer noch ein paar Level haben hier. So, Metallfabrik. Metallfabrik. Und Tanzparty. 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 Auf der Laser. So, jetzt warten wir alle nur noch auf den Ben. Komm, Ben, hier oben. Oh ja, tschüller. Hier ein Cookie. Hallo. Ja. Das ist ja auch so. Okay. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Okay. Ähm. So, ich mach hier, damit wir hier so drauf landen. Und ich hier. Nicht zu weit weg. Ja, 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 ja. Nicht zu weit machen. Oh, ich bin gestorben. Nein. Okay, Ben ist gestorben. Miss Pinky. Ja. Oh, für Yuko. Oh, für mich. Ein Ciao. War zu einfach. Ich bin nicht durchgekommen. Oh. Doch, nicht zu einfach. Wir haben beide gestorben, Ben. Und ich. Gut, dann wollen wir wieder zum Baumhaus. Direkt zum Baumhaus. So, ein letztes Fragezeichen. Kommt schon, gib uns doch mal eine. Wasserfall. Wasserfall. Oh, ne. Oder Metallfabrik. Wasserfall. Wasserfall. Oh, nö. Das ist beides doof. Das ist beides doof. Wie der auch seine Farben ändern kann. Oh Gott, ist das. Noch weiter weg ging nicht, oder? Nein. Yuko, Wasserfall. Ja, ja. So. Wo machst du? Ich mach hier, beim Wasserfall direkt. Okay, dann mach ich bis in hier. Hm-hm. Und, was haben wir? Was? Ein Chameleon? Ja, ein Kostüm. Für den Chameleon. Okay, ich komm da auf jeden Fall nicht hin. Ich auch nicht. Tschüss. 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 Er wäscht sich erst mal. Ja, er war schmutzig, hallo. Oder hat getrunken? Eins von beiden. Oder beides. Ja, beides. Gut. Dann würde ich sagen, einfach wieder zurück zum Baumhaus. Dann könnt ihr euch da das mal angucken mit euren Charakteren, was ihr da bekommen habt. Oh, guck mal. Hab ich auch. Man sieht, man sieht dich nicht. Oder jetzt? Guck mal, Miss Pinky. Cool. Ja, hier sieht's ganz schön verrückt aus. So, das war's allerdings auch schon wieder. Ähm. Ja, die mögen den Job so sehr. Äh. Äh. Ich würde da nämlich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen vorbeizuschauen. Viel Spaß bei den nächsten Videos. Wir werden auf jeden Fall noch einiges mehr hiervon bringen. Wir werden auch noch andere Spiele spielen. Miss Pinky zum Beispiel. Die Juko spielt gerne mal auf der Switch live, beziehungsweise auch gerne mal Rocket League mit uns. Und, ja, lasst da auf jeden Fall meinen Daumen da. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo wäre sehr nice, weil die beiden sind auch sehr gut drauf. Und vielen herzlichen Dank an Ben, der nämlich mitgespielt hat. Hallo. 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 Ist das nämlich nicht Berli? Ist das nicht der Berli? Ja, ja, das ist Ben, nicht Berli. Guck mal, ich hab'n Hut drauf. Ja, ich seh so. Sieht sehr schick aus. Ganz froh. Guck mal, ich kann steif bringen. Na, sprichst du mich bitte mit Sir an, wenn du mich anschaust? Oh, ne. Seh'n ich ein. Seh'n ich ein. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. 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 Bye, bye.